Ja, gut gesagt, anderer Hintergrund, heute Mission Metal. Ich habe gedacht, komm, ich mache mal eine kleine Reise und guck mal, geh mal dahin, wo es weh tut. Und dann sind wir heute gelandet, wo? In Weimar, bei Katschel. Ja klar, komm, besuchen wir mal einen Tobi. Der wird sich freuen, wenn einer auf den Sack geht die ganze Zeit. Ja, in diesem Sinne, super zoomen, dranbleiben. Es lohnt sich. Ja, hier läuft im Hintergrund Napalm-Des. Und der Tobi ist nicht besoffen bei der Arbeit, wie ihr seht. Alles nur Fassade. So was denken die Leute von hier? Ja, natürlich. So lange es meine Frau nicht denkt. Hast du schon mal einen Feuersalarm an der gesehen? Das ist eine Weile her. Ich befürchte, die Frage habe ich schon mal gehört. Die hast du auch schon mal beantwortet. Aber das letzte Jahr auch ein paar Jahre war ich im Camp der Liebe. Ja, ich war heute mal hier ein bisschen Platten shoppen. Bisschen Platten shoppen. Natürlich gehe ich noch nicht mit leeren Händen hier raus. Und habe ja noch so drei Aufgaben dem Tobi gegeben. Kleine. Wenn er die Zeit hat, wird er mir dann noch ein bisschen was raussuchen. Vielleicht machen wir ja ein kleines TTT da draus. Wo er mal eins, zwei Takte dazu erzählen kann. Ansonsten ist das hier wie jeder andere Lager, wie sagt man? Malocher. Wie jeder andere Malocher auch, ja. Außer, dass hier halt gute Musik läuft. Und die Leute, ich glaube, ein bisschen entspannter sind als anderswo. Anteilig. Anteilig. Bist du auch gerne hier, oder? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen Passion, was hier auch drin hängt. Ja, ja, das ist ja das. Ich würde mal sagen, das ist kein Job, das ist eher ein Beruf. Weil Beruf kommt ja von Berufung. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist, das machst du nicht ewig, wenn du da nicht wirklich drin hängst in der Geschichte. Ich meine, das nicht dich so erfüllt. Weil es ist halt, es ist hoch kreativ, es ist sehr, sehr coole Arbeit, aber es ist auch sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und es ist wesentlich mehr Arbeit, als man von außen vielleicht das so denkt. Ja, du bist ja auch auf Festivals dann halt unterwegs, ne? Ja. Und es muss da das Sales Manager geben. Ja. Es hat sich in den letzten zwei, drei Jahren so ergeben, aus mysteriösen Umständen, dass meine Meinung hier und da gefragt wird, immer mehr. Und demzufolge ist mein Beruf des Verkäufers, Plattenverkäufers hier und da auch mehr zu Zwiegesprächen und mehr auf Empfehlungsbasis als vor Jahren noch. Ja gut, vielleicht ist das ja halt aufgrund eines gewissen prominenten Statuses von der erfolgreichen YouTube-Sendung Davon weiß ich nix. Der Tobi und Erik Show. Lustige Tobi und Erik Show. Ja, ich gucke die immer ganz gern. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an deiner Inselgabung, als wandelndes Lexikon. Ach, das ist... Man interpretiert da, glaube ich, ein bisschen viel rein. Ich habe mitnichten eine Inselbegabung. Aber es freut mich, dass man ja schon viel bedeutet, halt auch offensichtlich, dass es andere auch so empfinden. Ist ja schön. Ja, das ist ja eine gewisse Passion. Wie seid denn ihr so auf die Idee gekommen, überhaupt da diesen Kanal zu starten oder weiter fortzusetzen? War das eigentlich mehr so eine Werbesendung, die sich dann entwickelt hat? Das wussten wir nicht so genau. Diese YouTube-Plattform, es ist ein Festival zu veranstalten, was mittlerweile ja auch schon eine Tradition hat von weit, weit über 20 Jahren und auch noch Ende der 90er stammt. Da geht man schlussendlich auch gezwungenermaßen, ändern sich Zeiten. Auch wenn man als Metaller ja immer so sehr an alten Sachen festhält, wie man nur kann und man unflexibel ist, wie nur irgend möglich. Aber Dinge im Leben ändern sich ja nun. Und demzufolge ist die Außendarstellung eines Festivals und die ganze Publikumswirkung mittlerweile halt auch ein Stück weit anders als vorher. Und da sind wir auch mit der Zeit gegangen und haben irgendwann dann halt beschlossen, einen YouTube-Kanal zu machen fürs Festival. Das ist aber schon echt ein paar Jahre her. Da würde ich so weit gehen, dass das vielleicht die Ur-Idee schon aus den Jahren 2018, 2018, 2019 stammt. Wir aber halt auch noch nicht so genau wussten, wie, in welcher Form, weil wenn du Musikvideos postest, hängen ja da auch immer rechte Geschichten dran und ganz so einfach ist das ja nicht, sag ich mal. Und du produzierst ja als Festival als solches null Content, sondern bietest nur eine Festival, du hast halt nur dieses Festival, das an dem Wochenende ist. Und wir sind ja nun, wir haben zwar früher DVDs gemacht, so um die 2010 herum, aber das ist aus Kostengründen und einfach, weil es eine Odyssee war, das Ganze weiter zu produzieren und herzustellen und dann die rechtliche Frage zu klären, wie darf dieser Content verwendet werden. Das ist sehr, sehr tricky mit Bands und nicht mal zwingend Bands, sondern halt mit Managements hinter den Bands. Demzufolge haben wir auch keine DVDs vom Festival mehr und dann hast du auch nicht so viel Content selber, den du irgendwie über eine YouTube-Plattform vermarkten könntest. Und dann war es schon eine Frage, wie wir das Ganze dann gestalten. Und da kam es dann, dass halt ein gewisser Herr Eric Oswald irgendwann beschlossen hat, seine zu dem Zeitpunkt schon nebenher Tätigkeit, die er fürs Festival, also vorwiegend auf dem Festival, dann halt so auszuweiten, dass er hier eingestiegen ist, feste die Firma als Booker, neben Jarne, der das ja eigentlich schon seit wenigstens Jahrtausendwende macht. Und es sind ja auch mehr Bands als vor 20 Jahren beim Festival. Wir sind ja mittlerweile bei 55 bis 56 Bands pro Jahr, so die Gegend. Und ja, und Eric ist nicht unbedingt der schönste Mensch der Welt, aber den, den wir am ehesten im Internet präsentieren konnten. Und da sagen wir so, er ist auch von der Altersstruktur her derjenige, der am nächsten dran ist. Weil halt einfach mit der ganzen Vergangenheit halt auch viele Leute hier schon teilweise deutlich in 40er, manche schon jenseits der 50 mittlerweile sind. Und dann brauchst du halt relativ frisches Blut. Uns als Festival war es wichtig, weil du siehst halt als normaler Gast des Festivals siehst du nur den Ablauf dessen und nicht die Leute, die dahinter stehen. Und uns war es schon wichtig, irgendwie den Leuten auch zu vermitteln, dass da Typen dahinter stehen, die im Endeffekt Metaller sind. Genauso bescheuert sind, wie die Leute, die aus Festival gehen. Exakt. Wenn nicht schlimmer. Und das war uns wichtig. Dafür brauchten wir halt im Endeffekt jemanden. Und das war geplant, Eric. Und das ist dann irgendwann bei den ersten Geschichten dann schon aufgefallen, dass es leichter ist, Content zu produzieren, wenn du das in den Zivilgespräch zu weit machst. Ja. Und dann ist es eine ganz klare klassische Mangel an alternativen Situation, dass irgendwann ich da oben daneben gesessen habe. Und das war nicht mein Traum. Ich habe auch keine Berufung darin gesehen, irgendwann mal YouTube-Videos zu moderieren. Mehr mache ich da ja nicht. Ich habe mit dem ganzen technischen Ablauf relativ wenig zu tun. Aber ja, so hat sich das ergeben. Und das ist dann in der Pandemiezeit, als wir als Festival wie die gesamte Szene eine harte zwei Jahre hatten, war das für uns so ein bisschen eine Kanalisierung, um nach außen zu zeigen, dass wir als Festival permanent da sind, hinter den Kulissen immer arbeiten und sobald die Möglichkeiten da sind, zurückkommen. Das ist es im Groben und Ganzen. Und dann hat das halt ein Eigengewicht geworden. Warum, wie, wie es halt erschließt sich mir nicht. Jetzt bist du schon im Musikbusiness, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, bist du da schon drin? Ja, wenn man das so sehen will. Ja, das ist halt mein Job. Zum Glück ein Fulltime-Job, der mich fünf Tage die Woche hier auf Arbeit und schlussendlich ist dieses ganze Ding, das ist mein Leben. Ich habe nicht sonderlich viele Interessen im Leben, außer Sportstatistiken und Metal ist da nicht so viel. Ja, wie lange machst du das jetzt schon? Hier? Ja. Ich glaube, fest eingestiegen in die Firma, das hat das auch alles so nebenher. Ich bin DJ auf dem Partisan schon seit 2004 und vorher auch als Gast gewesen und halt auch, weil ich halt auch in der Nähe gewohnt habe und gewisse Leute kannte, war ich auch als Gast schon nah dran in den Leuten. Aber fest in der Firma bin ich seit 2009 glaube ich aus. Mittlerweile auch gar nicht mehr so wenig Zeit, also ich ist schon ein bisschen was. Ja, und wie ist das jetzt so? Ich meine, du musst ja auch permanent mal dir neue Bands holen, überlegen, was kommt hier in den Firmenrooster oder was wird halt versandt und wie ist denn das so? Wenn du dann permanent am Ball bleiben musst, wenn da wieder irgendwelche neun jungen Bands kommen. Na gut, es ergibt sich halt auch alles, du hast ja Connection, so hier ist das E-Mail-System, du bleibst halt alles Stück für Stück immer dabei und dann verfolgst du die Szene natürlich. Das hat gar nicht mal so vordergründig mit dem Partisan erstmal zu tun. Ja gut, wir reden ja jetzt nicht über das Partisan, wir reden ja über den Tobias mit der Inselbegabung. Ich verfalle ja nun mal den Einkauf und und dessen was hier bei Katschel zu finden ist. Und das ist, ja da kannst du, das sind zwei Worten Urlaub Horror, um es grob zu formulieren, weil du danach eine Höllenarbeit hast, du bleibst permanent dran, die Szene schläft nicht, es wird permanent veröffentlicht, mehr denn je und da ist auch viel Gutes dabei, das ist ja das, man kann sich eigentlich hinstellen und sagen, okay, das interessiert mich nicht. Von daher ergibt sich das alles von alleine. Der Tag hat leider nur 24 Stunden, das wäre aber der hat doch noch die ganze Nacht. Ja, aber das ist halt du weißt, ich habe Familie, da gibt sich das schon, dass du gewisse Zeiten des Tages halt einfach auch privat hältst. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ja da kommen ja immer wieder junge Bands dazu, wahrscheinlich schreiben sich auch irgendwelche Leute über Facebook an und sagen, oh ich dir das mal an hier, guck mal hier, das ist meine Band. Zufälligerweise heißen wir jetzt Totenkreuz. Landet nicht so viel bei mir, sondern eigentlich noch mehr bei OneThem, beim Label. Das haben wir ja auch so. Und das kriege ich gar nicht so intensiv mit. Das landet dann eigentlich meistens bei Chris und wir diskutieren dann halt viele Sachen halt auch so. aber wir wissen halt auch, dass wir von der Manpower in der Form, die halt wesentlich kleiner ist, als die Leute vielleicht von außen denken. Dieses ganze Gefüge um das Partisan, War Anthem Records und Katschel betrifft im Endeffekt nicht mehr als eine Handvoll Leute. Ja. Und da kannst du nicht hinstellen und veröffentlichen in der Taktung, wie das renommierte Labels machen. Beziehungsweise ist das auch nicht unser Ansinn. Wir haben da, wenn wir im Jahr sechs Veröffentlichungen haben mit War Anthem Records, dann ist das schon an der Grenze. Weil halt viel organisatorischer Kram dazu gehört. Und dafür sind uns hier und da auch ein bisschen zeitlich die Hände gebunden. Und da wollen wir auch nicht alles ja, den Markt fluten. Das machen andere schon ganz gut. Ja, ich bin ja überhaupt nicht am Ball, was so neue Veröffentlichungen betrifft. Das ist, also, ich kaufe den ganzen alten Scheiße, den kaufe ich hier nach, irgendwas Neues, keine Ahnung. Was ist denn aktuell der heiße Scheiß? Ach, der heiße Scheiß? weiß ich nicht. Es gibt zu viel halb heiße Scheiß über, über, die Hypes, die Underground-Hypes, die sind mittlerweile alle nicht mehr so groß und meistens alle viel, viel kürzer, als man denkt. dann hast du, die Woche ist es mal die Geschichte und in zwei Wochen ist es schon wieder was komplett anderes. Sachen, die, die eine längere Halbwärtszeit haben, funktionieren eigentlich nicht immer nur ein Release, sondern meistens über, über zwei Geschichten oder halt, dass sie auch parallel auf Tour sind und, und von außen viel machen. Und das sind die Sachen, die unterschieden sind, die, die zu unterscheiden sind. Es ist nicht nur, was du irgendwo mal als Release irgendwo geflutet siehst, sondern halt, wo halt auch merkst, dass eine Band selber extrem hart dafür arbeitet, wo du halt siehst, die Band ist viel unterwegs, die macht viel, die agiert sehr stark selber. Das sind die Hype, die irgendwo, oder das sind die, die heiße Scheiß, den du irgendwo vielleicht sogar ernst nehmen solltest oder ernst nehmen kannst. Ansonsten, ja? Gut, dann stelle ich vielleicht die Frage nochmal anders. Was ist denn hier der Dauerbrenner? So richtig, wo du saßt, sichere Bank. Ich erinnere, aber 4.000 verschiedene Releases am Start oder mehr. Da sind... Du stehst doch auf Statistiken. Ja, ich stehe auf Statistiken. Hier und da. Es gibt schon was in den letzten Jahren oder was wirklich so eine Geschichte ist, die für uns immer gut läuft, sind definitiv Partizan. relevante Bands, die auch in den Operern, Migranten, Sachen mitspielen. Das ist gar nicht mal so sehr ein Ausreißer, aber Marduk funktioniert bei uns super und auch, wenn ein neuer Dark Throne rauskommt, dann ist das auch ein spannendes Thema für uns. Oder halt Geschichten von Labels, wie gute Geschichten, 20 Bucks Bin, Dark Decent Records, Wahn Records, da passiert viel. Da ist echt der heiße Scheiß. Salfoyon verkauft sich bei uns auch sehr 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 gut. Aber das ist sicherlich nicht nur bei uns der Fall. Das glaube ich. Das könnte man sagen, die sind gerade so ein bisschen... Die haben so einen richtigen Peak gerade. Salfoyon ist musikalisch aber auch qualitativ sehr hochwertig und dann ist da halt sieht das halt auch noch sehr sehr gut aus mit den ganzen Editionen die da rausgekommen sind. Ja, und dann kommt das eine dann halt zum anderen. Und auch das ist eine Band, die über mittlerweile 10, 15 Jahre vier Alben veröffentlicht, hart gearbeitet, spiegelt niemand, immer am Ball geblieben ist. Dann läuft das halt. Das ist auch was, was du wahrscheinlich irgendwelchen Bands raten würdest du gerne am Ball bleiben vor allem. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was du als Band willst. Wenn ich was fragen würde, dann solltest du zumindest ein klares Bild davon haben, was du willst. Es gibt immer noch so Leute, die komplett verblendet sind, wo du Gespräche führst und sagst, okay, es ist ja in Ordnung. Du kannst ja... Es gibt Leute, die veröffentlichen einfach gerne was, die releasen was und denen ist das so ein bisschen, okay, wir wissen es einzuschätzen, wir stehen sowieso an einem Punkt im Leben, wo wir nicht 24-7 für die Bände aufgeben können, wo wir sowieso nicht auf zwei, drei Touren im Jahr aufspringen müssen und wenn du das weißt, ist das manchmal viel hilfreicher, als wenn du dich hinstellst und sagst, okay, Hauptsache ist, wir machen irgendwas und wir werden schon irgendwie die Welt damit erobern. Und so einfach, so funktioniert das halt eben nicht. wenn es da, dann gibt es, es gibt für alles Gegenbeispiele. Wenn das mal so ist, dann, ja, aber im Allgemeinen kann ich das nicht empfehlen. Du musst... Also es gibt ja Bands, die irgendwann mal, ich sag mal, auf der Bühne stehen wollen, ich sag mal, auf dem Partisan. Ja, da gibt es viel. Dann müssen die natürlich was dafür tun. Das ist, ne? Also, die Slots, die dafür in Frage kommen, also die Spielposition, die sind jedes Jahr extrem strager gesehen. Und da gibt es schon ganz selten Bands, die das zweimal haben. Also das ist, also wirklich so, dass du das jedes Jahr neu anfüttern kannst. Aber, es sind trotzdem sehr wenige. Und, äh, Gründe für oder gegen sowas, die sind manchmal, also, das ist alles lieb und nett gemeint, aber, ähm, also zum einen bin ich eh nicht der Bucker. Da bin ich auch mal ganz froh, dass ich viele Gespräche dann schlussendlich sagen kann, ich kann es auch nur weiterempfehlen an unserem Bucker. Ähm, aber, es fallen immer, 95% der Bands, die es meiner Meinung nach auch durchaus verdient hätten, auf dem Partisan zu spielen, fallen hinten runter. Weil, es ist nicht genügend Platz dafür. Ist, ist so. Ja. Ich sag mal, ich hab's ja selber jetzt mit der, mit der Bucker-Geschichte, also, vom, vom Häschen Underground Brutality. Das findet jetzt das zweite Mal statt. Wir haben schon Bandbewerbungen. Gerade die unteren zwei Slots, die, die Opener-Bands, davon findest du hunderte, die das gerne machen würden. Und, 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 und das ist, das ist cool, aber du kannst halt noch einer zusagen. Ich kann ja, ich kann ja jetzt, also ich möchte ja jetzt keine Namen nennen, aber es sind auch schon durchaus größere Namen gefallen, die dann sagen, äh, wir würden gerne mal spielen. Natürlich sitzt dann auch so eine Booking-Agentur oben drauf, die sagen dann, ja, hier, das ist unser Rooster, aber, das kannst du ja nicht. Dann wäre ja die Underground-Geschichte verloren gegangen. Das Ding ist, wenn du, wenn du, ähm, es ist halt schwierig, ich bin, ich bin bisher raus aus dieser lokalen Promoter-Geschichte, wo ich, ähm, ich weiß, das ist ein hartes Pflaster, das mittlerweile kosten selbst kleine Pins, echt viel Geld. Und das auf, aufzurechnen in, 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 in Ticketverkäufe ist eine, ist eine diffizile Geschichte. Du kannst schwer sagen, was bringt dir welche Band, wie viel und wenn, dann hast du eigentlich Bands, die dir halt das auch kosten, die, die dir so und so viel Geld, äh, so und so viel Leute bringen. Ähm, ja. Ja, ich meine, bei uns ist es halt nicht so eine Sache, dass wir uns dran bereichern wollen, das ist halt tatsächlich so eine Herzensangelegenheit. Das glaube ich, das funktioniert auch so nicht mehr. Du kannst dich nicht hinstellen und dann als, 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 als Lokal Promoter, wenn dir nicht ein Club selber gehört und du eine, eine, eine Infrastruktur hast, die, die dann halt so regulär läuft, dass du sagst, du hast dort eine Bar drin und all so und solchen, du, du, du verdienst an allen Ecken und Enden und du hast einfach einen Club, der regelmäßig was macht, dann kannst du da mal drüber und weg gehen, aber, äh, ansonsten hast du so viel Grundkosten, du musst dich irgendwo einmieten, du musst dich um die, um die Technik kümmern, Security, dieses und jenes, Behördengeschenk, die GEMA, wenn du das nicht, wenn du damit nicht, äh, feste Berührungspunkte hast, dann kann das, sind das alles Punkte, die, 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 die nicht zu unterschätzen sind, die nicht so einfach sind, dass du da annimmst, dass du damit relativ leicht Geld verdienst. Naja, also wie gesagt, da geht es ja bei uns gar nicht drum, das ist wirklich nur so eine Herzensangelegenheit, und da sollen die gerne, ähm, die Möglichkeit haben, bei uns zu spielen, aber wie gesagt, das, das nimmt ja jetzt schon überhand, aber schon wieder denke, oje, oje, was hast du da eingebrockt, aber gut, jetzt ziehen wir es durch, ja, und machen das, ja, gut, das war jetzt mal so, der erste Teil, und, ähm, jetzt gucken wir dem Tobi gleich beim Arbeiten zu, wie er Pakete einpackt, das ist schön. Ja, das können wir wurschen. Hast du Kiloschätzung gemacht? Hm? Kiloschätzung? Nee, das ist, äh, ich werde hier noch ob sich er hinterlegt, oder ob was hin und her fällt. Nö, das ist ja auch nicht, ja, das ist, das Ganze, das ist so in jedem Fall scheißegal, wenn nur Merch drin ist und ein paar Tickets, aber ja, du prüfst immer, dass er sich nicht bewegen kann. Okay, ja, das ist, für mich das auch immer. Ähm, ja, jetzt hast du gerade eben, halbstisch ja auch die neue Ars, die dir Livsense angesprochen. Ja. Und hast gesagt, äh, so hättest du mich jetzt gar nicht eingeschätzt, dass das ja gar nicht so mein Beuteschema wäre. Ja. Was hättest du denn eingeschätzt? Der Odin, was ist denn der Odin für ein Typ? Was der Odin für ein Typ ist, ich wüsste doch Falsche, der das bewerben soll. Ähm, ich glaube, ich hätte dich schon eher auf der Death Metal Seite vermutet, und wenn dann Black Metal, dann mehr an der klassischen Mach-Art und nicht so ausschweifend, ähm, ähm, ja, mit so viel, wenig griffigen Songs, um es vorsichtig zu formulieren. Also eher so, kein Schöngeist? Nö. Nee, das ist nicht gemeint, äh, sondern mehr, äh, mehr so, äh, mehr so strukturiert im Black Metal. Auszutur Lipsitz ist ja sehr gern mal das komplette Gegenteil von dem, das ist ja kompletter Fluss, ohne dass man da so sehr, dass ein Songs festmachen muss. Ich glaube, ich kann aber nicht muss. Ähm, schau, hätte ich jetzt, äh, nicht zwingend vom Hutchen halten. Nö. Das finde ich ja gut. Ja, das, ähm, doch, ich bin durchaus ein, ein Freund, der, auch der schönen Klänge. Und, ähm, das ist, äh, also Asti der Lipschens gefällt mir sehr, sehr gut. Wie bin ich, irgendwie durch Zufall über die gestolpert, das, äh, genau, war ich bei Ediards Records, da standen die Platten. Ja. Und, ähm, dachte ich, ja, komm, mach's, erst mal kurz rein. Ich dachte, oh ja, das klingt ganz gut, nimm's mal mit heim. Und hat's sofort, sofort gezündet bei mir. Das, ähm, mir gefällt diese Art der Musik sehr gut. Mhm. Aber ich fand auch früher mal so diesen ganzen Humpa-Humpa-Pagan mal ganz lustig. Okay. Aber, das ist inzwischen, äh, ja, Flirtenmittel. Da bin ich ein bisschen rausgewachsen. Lernen, haben wir ja alle, gell? Ja. Nennt man das dann Guilty Pleasures? Das weiß ich nicht. Ist das, ist das, ist das, ist das Paragan-Mittel? Ist das ein Guilty Pleasure? Ähm, das weiß ich auch nicht so genau, das ist nicht wie die Plasche, das, äh, wenn er mal so ein bisschen, ein bisschen geflötet wird. spielten. Hm. Der eine ist ja das andere. Also, da gibt es ja schon Unterschiede. Es gibt halt Musik, die Fröhlich zum Schungel und zum Tanzen aufruft. Und, der Sache kann man durchaus kritisch gegenüberstehen. und dann gibt es ja auch ein paar, der den Geist atmet der Sache und der auch weit davon entfernt ist. Irgendwie, äh, äh, einen fröhlich zu berühren. Und, äh, da bin ich dann emotional schon auf der Ebene, dass ich das, äh, Ja gut, da gibt es ja dann sowas wie Obscurity zum Beispiel, die die Sache ein bisschen ernster nehmen. Ja. Kann ich auch sehr gut mitleben, auch eine geile Live-Band. Die spielen auch dieses Jahr, gell? Ja. Nicht schlecht. Und, ähm, ja, Asti, die die lief sind, die nehmen die Sache auch recht ernst. Aber, wie gesagt, hatten Sie mal so ein bisschen, ein bisschen rumgeflöte, geht mal klar. Kann man mal machen. Habe ich gar nicht Probleme mit. Aber nicht permanent. So. Und jetzt hast du hier deine Sachen am Verpacken. Ja. Das ist dann der unangenehme Teil, oder was? Nö. Nö. Reines Verpacken an sich, wenn man sich so komplett drauf konzentrieren kann, die nicht so viel von links und rechts kommt, was meistens dann das große Problem ist, weil wenn Sie zwischenzeitlich Nummer merken, wo es so ist, ist das eigentlich eine gute Sache. ich mache das gar nicht so häufig. Das macht er eigentlich doch Chris. Und das ist so richtig so seine Baustände und da lässt er eigentlich noch niemanden ran. deswegen mache ich das nur, wenn er noch nicht da ist. Ah ja. Sprich heute. Neu ist hier blöch. Das müsste ja dann auch dein sein. In die habe ich doch, die habe ich schon reingehört. Aber ich fand's, die fand ich nicht so prickelnd. Ist das so? Ja, irgendwas hat mir da gefehlt. Das hat man nicht reingehört. Ja, ich habe mir ja eine kleine Bestelleinkaufsliste gemacht und habe mir euren kompletten Vinylchub durchgeblättert, geguckt, was kannst du gebrauchen. Und dann auch die Sierp ist gesehen, da sieht es schon aus wie so ein bisschen melodischer Black Metal. Aber es hat irgendwie ist es. Oder atmosphärischer Black Metal. Immer so eine Frage, ob man das jetzt zum melodischen bezieht. Und die meisten Leute haben ja immer so ein bisschen Angst vor der vor der Kategorisierung melodischer Black Metal, weil dann immer weil dann dieses Sellout und 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 diese Angst davor, dass es nicht nicht richtig materiell entspringt und eigentlich ja, erischer Black Metal ist. Die Sorge habe ich ja nicht. Ja gut, ich meine atmosphärischer Black Metal ist ja heutzutage auch ein kleines Synonym für melodisch. Kann man ja fast schon so sagen, ne? Ja. Die Geschichte hast du halt viel. Und du warst ja selbst musikalisch auch umtriebig. Hast du das mal versucht mit wie geht es? Montragora? Montragora? Also, der Montragon war ne, 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 wenn man das zynistisch und das ist meiner Meinung nach schwer einzusortieren dann war es schlussendlich ne Gothic Metal Band so mit Geige und Frauengesang und mir dann hatte ich mit Mortuary Black Metal Band melodische oder atmosphärische Black Metal Band die auch viele Flüsse aus verschiedensten Ecken hatte die ja, die ein bisschen Melodic Dev und alles mit bei und da waren wir und wir haben 2012 auf dem Partisan gespielt Ach ja, mit so einer kleinen, unbedeutenden Band Aha Ja Ist das also doch alles fetter in Wirtschaft letztendlich? Damals war das noch so, ja das war das in meinem Fall war das so so viel fettern gibt es hier nicht dass man da prinzipiell da irgendwas verschaffern könnte ich 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 hab's so nie erfahren ob das nur aufgrund dessen war dass ich relativ nah an der Sache dran bin oder ob wir es einfach musikalisch verdient haben das entscheiden andere eine Sache habe ich ja noch du bist ja aufgrund deiner Tätigkeit tatsächlich sehr viel auf Festivals und Konzerten unterwegs nicht mehr so sehr viel ursprünglich ja aber ich gehe mal davon aus dass du schon einiges live gesehen hast ja so jetzt haben wir ja dieses Jahr beim Partisan auf was oder auf wen freust du dich denn da besonders bewitched bewitched oh die haben ja voll gehört sodass ja ja okay ja doch kann man gucken die habe ich tatsächlich schon mal gesehen auch auf dem Partisan vor weiß ich nicht 15, 16, 17, 18 jahren was weiß ich habe die schon mal gespielt das war sehr sehr cool und ja da bin ich Fan da bin ich dran gefällt mir auch die aktuelle Platte sehr gut bewitched habe ich noch nie live gesehen und das ist mindestens vier oder fünf mal aus verschiedensten Gründen nicht passiert finde ich stark weil es eine Bände ist die für die Bühne gemacht ist von Songs her und das ist ja so Black Trash ne ja ne so ein Black Heavy Metal so angeschwärzter Heavy Metal irgendwie so ein bisschen Fresh Metal alles sowas so 80's Speed Metal und Left to Die ja Left to Die halt das ist das ist so Death Tribute oder Death Fortgesetzt oder ne es ist es ist im Prinzip benannt nach einem Song vom zweiten Album von Leprosy spielen die ja von Death im Prinzip als Tribute Band Cover Band das ist immer alles schwer wenn man das so nennt quasi die Leprosy und das Debüt Album Songs davon und das ist der alte Klampfer der Rick Ross der damals Gitarrist bei Death war und auch bei Massacre die wahnsinnig geile From Beyond hat er mit verbrochen sehr sehr cool und dazu Ambassador Terry Butler der letztes Jahr mit Obituary da war und der auch mal bei Death im Lineup war und dazu zwei Leute die fast nicht besser passen könnten ins Lineup sprich an Gesang und Gitarre Matt Harvey von Exhumed und eben Gruesome und Gruesome ist ja schon im Prinzip ne Band die das Erbe von Death weiterführt Epochentechnisch und auch der Schlagzeug und das Rios ist von Gruesome und ja die spielen uralte Deathsongs weil Death to All zumeist die neueren Alben konzeptionell immer mal abarbeiten ist auch cool ich fand es schade dass ich das Exhumed letztes Jahr nicht gespielt habe auf die habe ich mich wirklich sehr sehr gefreut das wird schon noch mal passieren finde ich eine tolle Band oh ja ist es dieses Jahr freue ich mich ganz besonders auf Convent oh ja oh ja die ich habe es noch nicht live gesehen aber ich finde diese musikalisch sowas von geil kriegen einen besonderen Platz kriegen sie ja mehr kann ich nicht sagen das ist leider aber es ist ja noch die Running Order ist noch nicht folglich bei dir bei dir wann sendest du das denn wann sendest du das denn wahrscheinlich nächste Woche da will ich nicht vorgreifen ich weiß nicht den Schedule der ganzen Geschichte und ähm Anal Natrak die habe ich tatsächlich noch nicht live gesehen ich finde es sehr geil und wie ich halt gesehen habe dass das das war ja letztes Jahr schon ausgehangen das Convent kommen das war für mich schon direkt das Argument zu sagen alles klar sind wir dabei ja das ähm ja das ja ne mal gucken ich denke mal Anal Natrak wenn du das noch nie live gesehen hast das ist das ist krass es ist ähm nicht so sauber wie auf Platte das geht aber auch nicht das wäre sonst einfach naja gut das ist ja wie ein Darm ein bisschen übermenschlich aufgenommen von der Extremität sauber auf Platte ist auch ein bisschen hochgegriffen wenn man guckt das war auf jeden Fall extrem naja und Zulfoer Eon natürlich bin gespannt ob die auf der großen Bühne funktionieren da müssen sie mehr mehr sehen ein bisschen Bühnenpräsenz aufmachen aber ich glaube schein und was mir auch gut gefallen hat was ich gesehen hatte Acklös finde ich sehr geil ich fand dieses Melinoe Album Melinoe gigantisch das war ein richtig gutes Album ja das ist ja letztes Jahr haben die ja bei Absomcy bei uns gespielt das ist absolut extrem auch live ja ich denke auch der optische Aspekt ja so mit Pestmasken mit einem Krams ja das ist gut gefällt mir hey 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 Tobis tot treibt hier ab genau ich hatte dem Tobi jetzt noch was aufgeschrieben dass er mir da jetzt noch mal drei Sachen raussucht um zu gucken ob er mich auch wirklich so einschätzt so was er mich hält was habe ich denn da aufgeschrieben du willst was melodische Black Metal à la Demo oder Mystic Circle ich habe dann was gedacht dass eher ersteres entspricht und dann zwar auch ein bisschen älteren ein alter norwegischer Klassiker der gerne also der gerade auf Vinyl veröffentlicht wurde und der gerne mal vergessen wurde Old Man's Child wäre die andere Geschichte gewesen das ist aber zu nah an Demo dran die Band ist Line Up technisch näher dran an Emperor ja dann die Red ist von Odium Odium die sagen wir jetzt auch gar nichts muss ich sagen ja wieder so eine Blindgeschichte ja ich mag die ganz gerne man wird auch gerne mal überrascht The Sad Realm of the Stars das ist das einzige Album was diese Band jemals gemacht hat ein End-90er Klassiker der irgendwo zwischen Dürburguer und Limbonic Art zu finden das frühe Limbonic Art ja das Artwork also das Logo ein bisschen an Limbonic Art die Leute haben dann parallel irgendwann Mürksgock gemacht und ähnliche Geschichten und das sind halt Leute die also der Live Buzzer bei Emperor der stammt noch aus dem Line Up und die gibt es jetzt seit letztem Jahr offiziell wieder und auch im alten Line Up nachdem jetzt die Jungs nicht mehr so beschäftigt sind mit anderen Zyklon sagt ja noch was Zyklon war im Endeffekt auch zum großen Teil fast dasselbe Line Up und die haben jetzt den alten Keyboarder von Dürburguer ins Line Up geholt und sind jetzt den Mustis genau den ja ich weiß nicht, aber ich habe auch eine Inselbegabung ja und da ich ja weiß, dass du immer keine Angst vor komischen Farben auf Vinyl hast ist das eine Splatter-Geschichte ja ne das ist also Grunde genommen ist mir die Farbe eigentlich darf das bunt auf dem Teller sein magst du das ja das ist relativ bunt wie du sehen kannst ui ja die ist sehr bunt ja ja Osmos Productions hat sich letztes Jahr sehr sehr glücklicherweise der Sache angenommen und hat es endlich wieder veröffentlicht ja die haben ja auch fast den kompletten alten Backkatalog wieder jetzt auf Vinyl rausgehauen machen sie Stück für Stück immer wieder ja inklusive streitbarer Geschichten Franzosen sind Franzosen ja sind das nicht so wie wir andere Länder, andere Sitten so ist das zweites Death Metal Brutal und Höhlig ja da muss ich schon ein bisschen nachdenken auch eine Band, die mir sehr viel bedeutet weil ich das Glück hatte, die kennenlernen zu dürfen auf ihrer letzten Deutschland-Tournee sind eine Band namens Ordophagy aus den Staaten selbstfresser du bist ja brutal unhöhlig ja mit so ein bisschen Hall auf der Stimme quasi so Höhlenmenschen des Metal stumpf ist Trumpf die sagen mir nämlich auch wieder gar nix auch die haben wir Stein Albern ach das Abwehr habe ich schon gesehen deren Drummer und und bilde mir ein Master meint er der Band Sänger und Drummer ist auch Drummer bei Bellwitch die ja im Funeral Doom gerade so eigentlich auch der heiße Scheiß sind das ist eine Geschichte die ist stumpf und primitiv aber hat diese Durchschlagskraft einer sehr coolen Oldschool Death Metal Geschichte ist sausaugeil schnappt sich ja das Beste aus also für mich auch mekalisch einer der coolsten Geschichten die aus den Staaten in den letzten 2-3 Jahren so veröffentlicht wurden kannst du dir wirklich empfehlen und was haben wir hier noch saugeiles Artwork ja einfach mal einer mit einem saugeilen Artwork wo du sagst jo das ist was hm da gebe ich dir jetzt 2 und du entscheidest das für dich selber ich meine du weißt ja selber wie das ist das ist ja manche Sachen einfach nur wegen der Optik gekauft werden hm Kauferarten die mich die ich mich jetzt spontan erinnere ist äh es war ein äh jenes Aristarchos meines Erachtens nach sind das äh Schotten oder Engländer ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube Schotten und ähm das ist melodischer atmosphärischer Black Metal mit mit viel Tiefgang im 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 Stile von von Nightbringer oder vielleicht Akkis aber ein bisschen aufgeräumter nicht ganz so extrem vertrag war sehr cool und das Cover gefällt mir echt gut oder eine Band aus Zypern Zypern ja ich wusste dass du das sagst Zypern ist nämlich nicht dafür bekannt äh großartig viel Unterschied zu machen im 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 Black Metal ah das ist ein Cover das fand ich also die ist schon ein bisschen länger her ich mach mal das ich mach mal hier da Optik wegen äh das so das dieses Cover Artwork fand ich monstermäßig cool und äh zum Glück ist das musikalisch auch genauso gut ähm das sieht sehr depressiv aus es ist es ist ähm es ist nicht so depressiv es ist ähm relativ dunkel relativ roh aber verschachtelt und 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 spannender Black Metal cool produziert und es ist nicht irgendwie wo man vielleicht denkt so das wirkt nicht wie als ob es von einer Insel ist die abseits der Sehne sondern das ist das wirkt handwerklich ist das sehr sehr stark äh bei Folter Records veröffentlicht worden sehr cool sehr coole Geschichten Aristarchus bei Vendetta ich weiß ja nicht was du Artwork technisch aber das sind so zwei Artworks die mir im im Kopf geblieben sind die mir richtig gut gefallen also mich würde ähm wie heißen die jetzt Aristarchus Aristarchus die würde mich jetzt ansprechen tatsächlich einfach weil da auch Orangetöne drin sind ich mag Orangetöne sehr gerne ich mag gerne warme Farben das gefällt mir sehr gut und ähm das sieht mir zu düster aus und da bin ich im Augenblick nicht in der Stimmung zu für düstere Sachen ich will dich nicht ich will dich nicht runterbringen naja überleg doch mal naja machen wir das später mal das musst du dir auch mal ist gut ja wie auch immer äh ja das wäre das äh na wunderbar dann tüten wir die auch noch ein machen dann habe ich dir dein Brot äh wieder gesichert ich darf heute Abend eine Scheibe Wurst mehr drauf machen aufs Brot ja sehr gut wie sieht denn hier eine Fleischwurst aus gibt es hier Fleischwurst ja ja freilich also Fleischwurst ist ja überall in Deutschland erhältlich ja ich weiß geh mal in die Ostsee hol dir mal da eine Fleischwurst da kriegst du eine Salami hingelegt wow ich kenne Ecken wo man wenn man Bratwurst möchte was komplett anderes bekommt als das aber das auch das für mich ist nicht ja nicht akzeptabel aber naja ja ja sehr schön gut dann ähm beenden wir jetzt mal das Video an dieser Stelle kleine Mission Metal bei Katschel beim beim Tobi der eigentlich nichts zu melden hat aber doch gerne bereit war Fragen und Antwort zu zu beantworten die Fragen zu beantworten die ich so ein bisschen hatte und vorsichtig ja Katschel ist der Gateway in den Osten der Gatekeeper der Gateway du bist auf dem Weg in den Osten du kommst hier wieder raus wir sind doch schon mittendrin im Osten es gibt es gibt genügend Völkerstämme im Osten die behaupten dass wir zu westlich sind und auch wenn ich mit Sicherheit nicht viel vom Hochdeutsch abgegriffen habe bist noch zu verstehen ist es so ist so ja ich versuche ja auch möglichst Dialekt frei zu sprechen aber ich denke mal so busy hin und dran hört man es noch natürlich ja aber ich finde Dialekt eine sehr wichtige Tradition die gepflegt werden sollte gerade bei uns im Volk ständen ja 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 so ist das ja gut also dann liebe Zuschauer männlich-weiblich-divers macht's gut bis zum nächsten Mal bis denn der Tobi und er ist euren Odin Ciao und er ist Untertitelung des ZDF, 2020